Ich hatte keine Ahnung von Network-Marketing. Ich kam vorher nieder mit den Berührungen. Das war mein Vorteil, weil ich war völlig unbedarft und habe einfach losgelegt. Und nach anderthalb Jahren war ich so erfolgreich. Wer nur weiterhin das macht, was er in der Vergangenheit gemacht hat, wird ewig das bleiben, was er schon immer war. Und wird auch vom Leben nur weiterhin das bekommen, was er schon immer gekriegt hat. Und das ist ja für viele Menschen nicht befriedigend. Ich stelle Menschen ein, die ich persönlich nicht bezahlen muss. Das kann ich unbedrennt machen. Es gibt keine Grenze nach oben im Verdienst. Egal, was ich mir in meinem Kopf vorstellen kann, das kann ich erreichen im Network-Marketing. Im Network kann ich in vier Jahren das erreichen, was ich draußen in der normalen Wirtschaft in 40 Jahren erreiche. Also sollte sich nie fragen, kenne ich das? Weil dafür gibt es Strategien, sondern will ich das? Einer meiner größten Werte ist Freiheit. Freiheit heißt einfach, ich bin der Schiff meiner Lebensplanung. Heute im Network kann ich frei agieren und kann frei arbeiten, wann und wo ich will und mit wem ich will. Unser System ermöglicht Freiheit, Unabhängigkeit und das Erreichen von Seelen und Träumen. Ich fühle mich heute einfach rundherum wohl. Und allein dafür hat sich der ganze Weg gelogen. Wann wirst du das Leben leben, das du wirklich leben willst? Wann wirst du das Leben leben, das du wirklich leben willst? Wann wirst du das Leben leben, das du wirklich leben willst? Wann wirst du etwaslungen?